Die unfreiwillige Zwangsbeglückung von Windows-Nutzern, die nimmt kein Ende. Wir hatten hier schon kaputte Upgrade-Tricks, wo eben die Systemanforderungen von Windows 11 erzwungen wurden. Das wird verschärft, genauso wird zunehmend in Richtung Cloud gedrängt. Die neueste Erfindung von Microsoft, die hat es in sich, hier geht es um die Bitlocker-Verschlüsselung. Das sorgt für eine ganz neue Reihe an Problemen und Risiken, denen unbedarfte Nutzer schon sehr bald ausgesetzt sein werden. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass Computer üblicherweise keine Daten verschlüsseln, außer der Nutzer oder bestimmte Programme wünschen das explizit. Das Passwort eines Benutzerkontos beim Anmelden, das verhindert zwar den direkten Zugang zum PC und damit auch die Daten dahinter, das ist aber mehr eine Art Schranke, die Daten, die liegen auf der Platte im Klartext. Wer zum Beispiel eine GNU-Linux-Live-Distribution startet oder einfach das Speichermedium ausbaut, um es in einen anderen PC einzustecken, der kann ohne Passwort auf die gespeicherten Daten direkt zugreifen. Das kann für sensible Daten ein Problem sein, vor allem bei Laptops, wenn man die irgendwie liegen lässt oder vergisst. Zur Lösung lassen sich zum Beispiel einzelne Ordner und Dateien mit kostenfreier Open-Source-Software verschlüsseln. Ein Beispiel ist hier Cryptomato, das habe ich hier in einem eigenen Beitrag schon mal gezeigt, da legt man sich hier ein Tresor an. Diese Tresor ist dann komplett verschlüsselt, alles was man darin speichert, wird nicht im Klartext auf das Laufwerk geschrieben, ist daher auch sehr praktisch, zum Beispiel für öffentliche Clouds, wo ja auch große Datenschutz- und Sicherheitsrisiken an den Daten lauern. Es gibt aber ein Problem, das Betriebssystem speichert an vielen Stellen die Dateien oft zwischen, die sind außerhalb von diesem Tresor und daher oft ungeschützt. Die logische Konsequenz ist daher, man verschlüsselt die gesamte SSD- oder Festplatte mit dem Betriebssystem, das ermöglichen quelloffene Programme wie VeraCrypt, damit kann man dann eine ganze Partition, wie zum Beispiel die C-Platte bei Windows, komplett verschlüsseln und dann ist sie geschützt. Microsoft hat natürlich was Eigenes gemacht, nämlich BitLocker, das kann auch eine ganze Partition verschlüsseln, ist aber proprietär und daher sicherheitstechnisch umstritten. So sind zum Beispiel keine unabhängigen Prüfungen möglich, ob das Ganze wirklich sicher ist oder ob Microsoft da beabsichtigt oder unbeabsichtigt irgendwelche Fehler gemacht hat. Und wie es dann mit der Qualität aussieht, das hat man erst vor einigen Monaten sehen können. Hier gab es eine Sicherheitslücke, wo man eben BitLocker mit ganz einfacher Technik, mit einem Raspberry Pi in einer Minute überlisten kann, also Technik, die hier weniger als 10 Dollar kostet. Wer trotz solcher Katastrophen in proprietäre Technik von Microsoft vertrauen möchte, der kann das in Windows ab der Pro-Lizenz aktivieren. Bisher war das eine händische und mündige Entscheidung, also nichts Automatisches. Doch genau das will der Konzern jetzt komplett umdrehen. Ab der Version 24 H2 von Windows 11 soll das Ganze automatisch aktiv sein oder dass der Nutzer das selber aktiviert. Betroffen sind dabei bisher nur Neuinstallationen und Nutzer, die sich dem Cloud-Konto-Zwang von Microsoft ergeben haben. Auch die Nutzer von Home-Editionen bleiben nicht verschont. Dafür hat Microsoft die Lizenzbedingungen aufgelockert. Auch weitere Anforderungen haben sie reduziert. Das Einzige, was geblieben ist, ist ein TPM mit mindestens Version 1.2 oder neuer. Nun wäre Microsoft aber nicht Microsoft, wenn es da nicht einige Haken und Nachteile gäbe, die der Konzern lieber unter den Tisch fallen lässt. Gerade Sicherheit hat ja in der Praxis immer zwei Seiten. Bei BitLocker, da gibt es für den Fall, dass man sich aussperrt, einen Wiederherstellungsschlüssel. Der wird hier BitLocker Recovery Key oder eben Wiederherstellungsschlüssel genannt. Er ist vor allem für vergessene Kennwörter vorgesehen, wird aber auch abgefragt, wenn man größere Änderungen an der Hardware vornimmt und manchmal auch einfach so. Man sollte ihn daher wie ein Passwort behandeln, denn dieser 48-stellige Schlüssel, mit dem kann man sich dann am System anmelden und es starten. Umso bedenklicher ist es daher, dass Microsoft schon seit einiger Zeit diesen Wiederherstellungsschlüssel automatisch in die eigenen Cloud-Dienste legt, außer man widerspricht. Wie sicher oder vielmehr unsicher die sind, das hat man ja allein in den letzten Monaten und Jahren schon an zahlreichen Beispielen sehen können. Die wurden mehrfach gehackt, haben das Ganze nicht in den Griff bekommen. Das sind oft triviale Lücken, weil man eben auf Sicherheit keinen Wert legt, sondern lieber neue Funktionen bringt. Also das ist schon sehr, sehr gewagt, da solche Schlüssel bei Microsoft in Sicherheit zu wiegen. Doch selbst das ist in Anführungsstrichen nur die Spitze vom Eisberg. Doch damit wird das Microsoft-Konto zu einem noch größeren Risiko. Es gibt hier noch weitere Gefahren, zum Beispiel Kontosperren. Da habe ich mal einen eigenen Beitrag zugemacht, was hier alles passieren kann, wo dann eben alles weg ist, das komplette Windows mit dem Wiederherstellungsschlüssel. Da schafft man sich hier eine Abhängigkeit und es gab schon einige Fälle, da wurden Konten einfach so gesperrt. Man hat nicht mal mitgeteilt, was da genau das Problem sein soll. Das ist mir sogar während dieser Recherche hier mit einem dafür eingelegten Konto passiert und ihr seht, da kommt bloß eine Meldung, wurde gesperrt. Die Liste der Nachteile geht immer noch weiter. Als Kollateralschaden bremst BitLocker das System massiv aus. Selbst schnelle SSDs, die werden um bis zu 45% langsamer. Das wollte Microsoft nicht kommentieren. Parallel zeigt nur Linux, wie es richtig geht. Dort steigt die Leistung um über 150% an. Dass Windows-Updates ständig irgendwas kaputt patchen, sind ja Windows-Nutzer schon längere Zeit gewohnt. Präsent wird das aber bei BitLocker. Die Sorgfalt von Microsoft dort ist nicht arg viel höher. Hier hat Microsoft versucht, schwere Sicherheitsmängel zu schließen, dabei aber neue Fehler geschaffen, die dafür sorgen, dass der Computer nicht mehr startet, sondern dieser BitLocker-Recovery-Key abgefragt wird. Wer den nicht parat hat, der hat Pech gehabt und wird von seinem kompletten System ausgesperrt. Großartig! Das ging lange Zeit, über viele Monate hin und her. Da hat Microsoft schlussendlich aufgegeben und diesen Sicherheitsfix wieder rückgängig gemacht, weil sie es nach mehreren Anläufen nicht in den Griff bekommen haben, dass das überall funktioniert. Nach langer Zeit dann die Erfolgsmeldung, juhu, wir haben es für einige behoben, aber nicht für alle. Der Rest muss hier selbst Hand anlegen und Partitionen vergrößern und verkleinern. Da bin ich mal gespannt, wie er das Max Müller erklärt, der mit seinem Rechner nur ein bisschen surft, dass der da jetzt irgendwelche Partitionen ändern soll, um hier mit einem Rettungssystem dann das Ganze wieder zu reparieren. Das wird sehr spannend. Alternativ kann man auch einfach ein Dreivierteljahr den Computer nicht benutzen. Da glaubt Microsoft den Fehler endlich gefunden und behoben zu haben, nachdem das dutzende Male nicht wirklich funktioniert hat. Es gibt daher bereits erste überforderte Nutzer, bei denen das Windows auf dem Computer in die BitLocker-Wiederherstellung startet und die keine Ahnung haben, was sie da jetzt tun sollen, die wahrscheinlich den Schlüssel nicht mal gesichert haben und sich jetzt komplett aus dem Computer ausgesperrt haben. Natürlich wird das zunehmen, wenn Microsoft das jetzt automatisch erzwingt, dass da jetzt eben viele Computer in der BitLocker-Falle sind, wo die Nutzer nicht mehr auf ihr System zugreifen können. Wer dann nicht mehr an sein Wiederherstellungsschlüssel rankommt, dem kann auch der ITler aus dem Familien- und Freundeskreis nur noch tröstend sagen, leider sind deine Daten weg, wir können Windows noch neu installieren oder aber machen dir gleich ein freies Betriebssystem drauf, das dich nicht mit derart fragwürdigen Dingen und mangelnder Softwarequalität zu solch einem Mist zwingt. Derzeit wird das die meisten noch nicht betreffen, weil das erst mit Windows 11 24 H2 ausgerollt wird, aber das kommt langsam und schrittweise, weil das neue Computer betrifft, die mit einem Microsoft-Cloud-Konto verbunden sind. Ebenso Neuinstallationen von bestehenden Systemen, die Zahl der verschlüsselten Systeme wird also langsam, aber stetig steigen. 24 H2 hat Microsoft nach dem Riesendesaster mit Recall auch bei den Testern offline genommen, das soll im Herbst 2024 erscheinen, wahrscheinlich Ende September. Spannend ist auch, dass BitLocker anscheinend automatisch aktiviert werden kann, da gibt es schon seit längerem, hier seit 2022, bekannte Fälle, wo Schadsoftware, also Ransomware, das ausnutzt, um eben das Opfer zu erpressen. Auch hier 2024 sind weitere Fälle bekannt geworden. Zunehmend dürften sich Betroffene ironischerweise darüber freuen, wenn es noch irgendwelche Hintertüren und Lücken in BitLocker gibt, die man umgehen kann, damit er wieder an die eigenen Daten und die Computer kommt. Was denkt ihr, wie stark das die Windows-Nutzer mit Problemen noch weiter nach oben steigen lässt? Schreibt es gerne auf youlaps.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.